Was sagt er? Steigerung von Realität ist gleich Täter, Illusion ist gleich Super-Illo. Ah! Realität, Super-Täter... Ach so, das ist ein Wortspiel. Wortspiel. Ich check das auch nicht, das ist für mich nichts. Ich hab's gecheckt, aber ich... Nee, das gewinnt nichts. Ich hab hier jetzt was, das ist eine ganz interessante Sache. Ich hab hier was von Tim und was von Phil, und der Witz ist das komplett dieselbe Handschrift. Tim schreibt, Illusionen sollte man realisieren, solange sie noch warm sind. Und Phil schreibt, eine realistische Illusion, das illusioniert jeden Realisten. Beides recht schla... und ich mein, guck's euch mal an, das ist doch identisch. Da will uns doch jemand austricksen, da will jemand zwei Preise machen. Vielleicht Zwillinge? Da kriegt man schon nur einen. Wer war das? Phil Tim. Hallo! Das will er sich nicht zeigen. Phil Tim. Ja. Ach, drauf. Tim. Tim Phil oder Phil Tim? Da hinten bewegt sich ja, das ist jetzt. Ich würd sagen, wir sehen jetzt den Personalausweis und gucken den richtig nach. Hallo! 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 Das hast du doch beides geschrieben. Ja! Können wir dann ein Personalausweis sehen? Es war relativ schlau, darum gewinnst du das herrliche Scheiß, oder ne, das ist für ein Mädchen. Nein, das ist für ein Mädchen. Das ist für ein Mädchen. Du gewinnst das Zauberbuch. Das ist echt der beste Preis. Ich dachte immer, Amerika gibt es gar nicht, weil man das immer im Fernsehen gesehen hat, und das war ja auch mit Tukatukaland so. Ich bin mir jetzt immer noch nicht ganz so sicher. Name, Sophia aus dem Osten. Sophia, du darfst sie aussuchen. Willst du den Feenhut, oder willst du das, äh, Bunny Schweißband? Das Schweißband! Das ist ja was Schönes. Ein Martin hat geschrieben. Sehr viel hat er geschrieben. Ich finde, Realität und Illusion, das sind nur zwei Kehrseiten eines Medaillewern. Das muss man ganz schön aufpassen, dass man nicht die falsche Seite erwischt. Einige Leute glauben, nur weil sie nicht aufgepasst haben, dass eine Medaille zwei Kehrseiten hat, dabei hat sie nur eine. Also, Vorsicht vor der Realität, aber auch vor der Illusion. Ähm, Moment. Und der Illusion. Und der Illusion der Realität. Und der Illusion der Realität. In Klammern. Martin. Ah... Du findest das schwer geschwaffelt. Schön geschwaffelt. Das ist von einem Streber, glaub ich. Ich mag sowas. Entweder soll sich einen preis aufsehen, wenn jemand... Martin! 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 Martin, bitte einmal auf die Bühne kommen! Martin soll sich seinen Filmhut erst mal genannt haben. Martin! Martin, das ist eine Auswahl! Es gibt eine Bunny TV, es gibt Filmcomics und es gibt den Filmhut. Also nicht den Filmcomic, ich würde es sein, dass es den Filmhut gibt. Martin, das ist dein gutes Recht. Ich bin auch nicht so, dass du die zu dir mit bist.